Ja, Bellingham. Okay. Typ Simpel, Engländer bei Real. Dann spiele ich hier den Harry Kane. Toni Kroos, Real-Deutscher. Kleinen Hänger da drin. Ich komme nicht drauf, ne. Ich würde dir gerne einen Tipp geben. Der hat die Nummer 5 gehabt. Nummer 5 im Mittelfeld. Brutaler Spieler. Einer der Besten, den sie gehabt haben. 90er, 2000er. War auch Trainer dann bei Real. Da muss ich mit dem Punkt weg holen. Oh mein Gott. Das könnt ihr nicht nehmen, das wisst ihr. Schwere Kost. Guck mal, wie ich hier im Schwitzen bin. Das passiert.